Was? Wie viele hunderttausend Straßenbahn können im Einsatz sein? What the fuck? What? Ist das nicht ein bisschen overskilled, overpowered? Holy. Das finde ich ja schon ein bisschen krass. Hunderttausend sollen da reinpassen. Also wenn man jetzt sagen würde, tausend so ne, so hier pro Abteil 20 so gesehen. Wäre vielleicht auch schon zu viel. Keine Ahnung. Wäre schon geiler, wenn man halt mehrere hat. Also wenn das schon, klar ist natürlich, ist ja sowieso schon so ein bisschen zum Teil krass, wie viele Leute teilweise in manchen, ich meine fünf Haushalte in einem einzigen Haus ist natürlich schon, vor allem in so einem kleinen Haus ist natürlich schon krass. Klar sind das natürlich andere Zahlen, das sind natürlich nicht realistische Zahlen und so weiter, aber ja, das ist natürlich jetzt on fire, das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Versuchen wir es mal ein bisschen sicherer zu machen. Wir verlieren Geld, das ist natürlich auch was Neues. Kann man das mal so betrachtet? Können wir eigentlich dadurch hier das sicherer machen? Ne, okay, ich verstehe. Aber ich dachte wir hätten hier sogar große. Warum ist denn das so miserabel? Kommt der einfach nicht durch oder wie? Weil abgedeckt ist es ja, das kann man ja nur hier am Verkehr liegen oder nicht? Da brauchen wir auf alle Fälle eins. Stack das dann ab und dann da so ein bisschen mehr Sicherheit reinzubringen. Hier haben wir natürlich gar nichts, das ist natürlich ganz schlecht. Können wir noch was kleines reinpacken. Von 31 Prozent geht zumindest jetzt mal ein bisschen runter, was das betrifft. Hier könnten wir auch noch was platzieren. Es ist teilweise die Musik auch gar nicht da, es ist halt auch echt irgendwie ganz komisch. mal direkt daneben und hier auch. Da sind die zumindest versorgt. Wo hatten wir denn, hatten wir nicht irgendwo anders noch was gebaut gehabt? Worauf ich das, weswegen ich das gesehen habe, dass da was los ist? Hä? War das nicht irgendwo anders? Jetzt bin ich verwirrt. Mal nochmal hier. Mal mittendrin so ein bisschen. Warum machen wir das jetzt? Warum versorgt denn das das nicht? Das verstehe ich auch nicht. Ich habe hier ein kleines Ding in meine Güte. Ich weiß aber echt nicht mehr, wo ich das gesehen habe mit dem, mit dem wir gebaut haben, was ich vorher gefangen habe. Wo war das nochmal? Das war doch was ganz anderes. Ach, hier war das. Genau. Hä? Da war ja was. Äh, warum verlieren wir jetzt so viel Geld? Weil wir so wenig Leute haben. Das ist äh, komisch. Warum sterben so viele? Oder warum fahren, warum ziehen so viele aus? Immer mehr Geburten als Tode. Hier sind ganz viele Tode, weil... die Müllversorgung hier schlecht ist, okay. Das kann ich sogar nachvollziehen. Vielleicht wird es ja dadurch ein bisschen besser. Jetzt kommen auf jeden Fall wieder Leute rein, das ist schon mal sehr gut. Müllverarbeitungskapazität... Müllproduktion 601.000 Einheiten. Verbrannungskapazität 710.000. Okay, wir können verbrennen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Budget für... Budget für... Budget für... Das können wir vielleicht wieder runter nehmen. Okay. Vielleicht das auf Nachts machen. Und dann machen wir mal wieder den Zyklus hier an. Davor gucken wir uns das mal an, ob sich das jetzt hier verbessert. Nachts fahren sie dann jetzt aktiver. Okay, wir haben auch viel gerade für die Krankenhäuser gerade verballert. Da die Krankenhäuser gerade scheinen wir auch so einen ordentlichen Verlust. Das passt prinzipiell, was das betrifft. Das ist schon langsam an der Grenze. Da ist aber die Kapazität noch da. Notverdienste... Das betrifft nicht so ganz so gut. Kriminalitätsrat ist super. Education ist... Lass nicht drüber reden. Surne einem höheren Malerbruch. Wirklich im Achter. S cited.